ich habe vergessen das fair zu machen habt ihr euch beruhigt nein die anderen Kalil kommst du jetzt Clan oder nicht Junge will ich auch was wieder heißt Junge sag hey stopp mal Kalil bitte und sagt ihm wie unser Clan heißt der heißt der heißt warte ich schick dir warte warte ich schick dir ich schick dir ich warte sag ich kann jetzt nur mal ich schick dir warte ich schick dir warte ich schick dir warte ich kann nicht anfangen wie kommt man den wie bekommt man diese Marshmallow Dings auf wen das sind doch keine Anti-Mates ähm warum da kriegt Sterne wo ist so ich hab dir geschickt was heißt das okay warte ein Fahrer wurde von nein ich war das nicht bei mir war kein Passautonomie Junge sag doch voll ernst was ist das Junge sag doch voll ernst was ist das ich mach Cockangriff und komm fortneiden da haben wir eh mehr an der kann nur ne Stunde ich hab nütten mal kabe und so ich habe wieder und wie du musst hochzeitige kommen wie du schließt ja die mission ist doch richtig das besteheuern 2 1 3 2 2 ja da bin ich auch drin kann ist dann bestreuer drin weil mir stand doch nicht na klar ist ein bestreuer drin bin ich da drin ja sorry ja geh rein okay warte er muss okay warte sagen du musst doch nur einfach beitrinken drücken gucken ob du lüg ein gerashter bist oder kein gerashter er ist gerade aus 10 ja ich bin drin bist du nicht hä bei mir steht ich für dritte nein bist du nicht du bist so ne du bist in unserem klang sind vier leute drin Junge ich weiß nicht Junge ist da ein lol 2.0 nein Junge ich hab doch nichts geschickt das ist glaube ich spannbar los egal jetzt einfach egal einfach da sind da sind da ist 2 1 3 2 2 die auch klar die auch klaren die auch klaren und dann auch klaren suchen bist du kann ja bin ich ja bin ich dann gibt da ein zwei hässlich hässlich nein mitglieder 4 bis 4 nur das war es wohl scheiße jetzt kommt wohl genau bin ich mehr bei mir muss man kürze mit die auch klaren suchen dann gibt 1 2 8 2 8 2 8 2 28 großes j großes j großes j großes j großes r j nochmal bin wieder da was ist ich kenne euch nicht du sollst du klaren tag eigentlich sag dir doch den ganzen klaren tag ja okay ich bin da dann großes j nochmal großes j 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 habe ich dann suchen habe ich ist doch nein dann dann gehen nochmal weg macht das weg und macht dann eine 0 macht das macht die 0 weg und machen oder andersherum macht macht das weg und macht dann das was wie soll ich dir zu gucken mein handy ist aus ein hashtag noch dran und es ist nur die juli hat keine stecke gesagt ganz vorne hashtag du hast du hast du hast du überhaupt dein clan verlassen ja wenn du dein clan nicht verlassen jetzt kannst du auch nicht haben wir haben dass alles mal das was da steht machen ich bin ja so wenn wir meine hinterher machen und wir habe ich du bist aber jetzt mache ich die jockey sagt jetzt herr habe ich 2 8 hab ich großes j großes er habe ich großes j 0 0 habe ich ein großes j habe ich großes g habe ich habe ich auch immer bei mir kommt nur eine gruppe die da drin ist 70 leute eine gruppe warte und wie heißt du karl auf gleich auf clans weil sie selber haben dass wir geschickt weil ich weiß nicht was wir haben nicht geschickt nein du hast mir nichts geschickt da habe ich dir geschickt was hast du mir geschickt von clans klar und da drauf handy nummer über wir brauchen keinen dummen alter und er kann da bleiben ich hab mir geschickt guck du hast auch ein neues handy kann ich noch mal habe ich hast du von sein neues handy dings oder was alex ich habe die nummer die umgelegt hat das ist die falsche hat mich blockiert oder was kann ich noch mal nichts danach ist noch ich habe dich gar nicht blockiert hat die fresse ich habe langsam das gefühl weil ich mir noch mehr wissen ich habe alle was geht ab wenn ich so schreiben würde mein vater mit klatschen meine mutter ist bei ihren freunden und ich habe genau geschrieben geschickt als die letzte runde ist schon das kann ja ein neues das karl im neuen neus handy habt ich habe sie doch links geschickt du hast mir danach geschrieben wer bist du ich habe geschrieben alles noch mal den link geschickt durch doch einfach auf den link hast du kein kommentieren moment ich bin gerade eine runde also nicht so umsatz gemacht ich habe dir einen scheiß liegen sogar schon geschickt warte warte ich schicke erst mal link ist nicht so gleich zu spielst du bist es eine runde mit uns oder steckt ich spiel doch mit euch ja so leid jetzt und jetzt die junge wassitzel oh mein gott nein ja aber ja alle mauer will was kriegt die mich auf weiter kann ich habe die noch über pc geschickt er muss nur den link anklicken dann ist schon so ein klaren und ich erwarte immer zu immer wie laut das ist ich habe doch deine andere nummer was blockiert du mich bei wo bei wo bei den anderen da bin ich ich habe alle das gefickt ich lade dem wichser gleich party ein dummer baston der mich gekült hat und du wundt die die hier sind die extra wenn du was ist um nein ist keiner ich bin das kräftige meine netz und zwar Junge, halt, du hast mir geschrieben, nein, nie mehr hast du mir geschrieben. Juh, ich will, ich hab die doch nicht. Wie, nein? Wer hat denn dein altes Handy? Junge, halt die Fresse, ey, halt die Fresse, ich bin Wiener geworden. Wer hat dein altes Handy? Wer hat dein altes Handy, Talib? Hat deine Mutter dein altes Handy? Ey, Alex, ich wollte gar nicht, wer hat dein altes Handy? Nein. Er kann nicht die. Wer hat dein altes Handy jetzt? Dein Mutter? Nein. Junge, ja. Niemand. Und wem schreibe ich dann, schreibe ich mir gerade, zurück? Hä? Glaube nicht! Ich sehe das, ich sehe das in deinem Deutsch-Watt-Universität. Ich will nochmals wünschen. Ich bin Mutter von Kani, ich will nichts aus. Junge, halt das, was du mir geschrieben hast. Warte kurz. Guck mal, wie mein Handy drin ist. Warte, ich guck mal kurz. Du hast ja gesehen, Tata hat sich ja kaum unterstellt. Tata, Tata! Wolltest du nicht, du greifst rein? Wem? Guck mal. Hör mal zu. Meine Mutter hat mein altes Handy von meinem Bruder genommen. Das war, was wir, so, wann sie weggegangen ist, hat sie ja die ganze Zeit so, ähm, mein Bruder so, kleine Kinderbaby, ähm, ähm, Videos geguckt. Du schreibst gar meine Mutter, du Wichser. Uhl. Ja, mein Handy ist jetzt mit meinem Bruder! Mein Bruder! Mein onto inc. Mein Bruder! Die kann die ganze Zeit, meine Mutter! Ah! Ja, ich hab jetzt gesagt, werdot das Handy? Und du sagst ja nix. Ich dachte, mein Handy ist hier zu Hause! Nein! Das können einfach doch so Art und wie bleiben oder das Ding da rein? Also, mein neues Handy! Welcher? Gehen wir unten die Knoppen. um wir haben jetzt nun bin ich die Möchnerin mit NINI und man hat ihn verknüpft in dieser Geschehen in die Mütter von Kalien bin ich zu Hause ja okay dann schreibt ihr nicht mehr an woher nicht machen die Junge und ich hab' vergessen noch geschrieben wie wir uns schreibt ich kann ihn erfreut bin und ich will doch vorgesehen noch die wir bestehen er hat doch geschrieben ich will die wir nun sagte mich das getötet hallo jetzt auf meiner kürze ich meine ja wusste ich schon alles früchte hilfe wenn es natürlich die band war ja die medizin dass du mich gerade gesagt dass ich nicht brauche jetzt am weg ist für dich in der tasche ich war diese licht ist voll schwul ich habe keine mehr das ist der was ich lieber ich würde hat ich lass ihn ein da ist so viel abgedruck ich will hier heißt liquid stress stress strich minus strich ich stehe mutter du fixer streck ist wohl gehalten jetzt ist das ja kusslos er warst du weißt du hast du keine mutter esse das ist ein bisschen spieler und gibt es eigentlich soll die riesen ich kann die zuteilige was das denn ich habe mich auch dieses kind warte warte wenn der lokalische wort ich gebe dir was soll ich dir geben ich gebe dir magia junge wenn du mein dorf sehen würde es alter ich karl du kriegst eier flattern ich mache ich muss ich muss das machte ich werde ich werde wieder vor spielen ich will ich bekomme den ärger hat er eh nicht ich möchte so ein erger bekommen ich habe den link von seiner mutter ich war sie was über 60 ist eine nummer von meiner mutter hat ein neues dass sein altes doch ja ich habe einen neuen mann und Und warum kann, hab ich die, der Nummer dann geschrieben? Und jetzt hat ihr dieses Ding in Zwingshot gesagt, wie die Dingens. Wie kann jetzt Mutter beschreiben? Kommt mal zu mir. Ich fahre komplette neue Gebäude runter. Ja, ich habe ihn outplayed. Oh Gott. Ich bräuchte eure Hilfe. Hier, Alex. Hier, mini, 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 mini. Hier, mini, 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 mini. Ihr, mir kommt schnell, bitte, bitte. Hier. Danke. Pass auf. 13. Er hat diegel, pass auf. Sauber. Nicht mehr. Ey, bitte, bitte, g' mal einfach. Hier. Hier ist Pum. Nein. Ey, bitte, Hopp-Mod, Hopp-Mod. Ich hab, hat mich hier, hat mich hier. Du bist Deutsch, ich hab kein Nil. Hilfe. Ich hab auch keine Hilfe. Ich hab auch keine Hilfe. Ich hab auch keine Hilfe. Komm, komm. Wie, hau, wie geht's richtig ab? Aber, boah, hier geht die Post richtig ab. Nun gleich wird bei Tilt, bei Tilt gefeiert, Mann. Du hast auch keine Waffe. Du hast auch keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab gar nichts. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ab, boah, Ehrenmänner. Komm mal. Du brauchst direkt Hilfe. Mach du was. Ja, was? Mach's ja, nee. Ach, Digga. Nein, er ist los. Nee, komm, du komm. Nein, er ist los. Kann ich helfen, bitte. Bitte. Ach, Digga. Komm her, komm. Komm her, komm. Körber, Körber, hilf mir bitte. Hilf mir, komm her, Körber, komm her. Hör mich? Nee, go, schlitz. Erhüttin, erhüttin, erhütti. Kalli, erhütti. Tschüss, die waren kaputt, ja, die. Mich bist schlecht, Kalli. Junge. Du hast gewinnt dafür, wie diese scheiß Körber sagt. Die Kennzeit. Jura, Körber, hast du keinen Mut? Kannst du nur von ich aussprechen? Kannst du nur von mich aussprechen? Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Kommt,チow, einspielen. Was für einspiele ich bin ich ihm eingestiegen, und dass ich, 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 bin auch eingespielt. Ich bin nicht eingespielt. Schön. Meilt. Ich will so einspielen. Bitte. bitte zwei runden noch bitte ich bin nicht eingespielt ich weiß und möchte blockieren ich will keine links schicken seine mutter schreibt mir zurück ich wollte eine mutter es ist so richtig das ist doch richtig deutsch ja ich gehe na wo ich will auch jetzt ich soll was party wo er weiß ich führe erweiter oder muss los bin ich erst bei mir sagen Raketenwerfertyp! Er hat scheiß Raketenwerfer! Junge! Ich schwör, Alter, ich geh, ich geh, ich geh als Kette flug mich nicht. Kommt ihr? Was ist los, Kavalil? Kavalil? Komm rein! Kali, bitte komm, Kali, bitte! Komm Junge! Kali, bitte! Kali, bitte, ich, äh, umutwendig, äh, wenn er, äh, wenn er so einen Strecke macht, okay? Schwierig, von, äh, sonst verlass ich fach hier auf! Kali, komm, bitte! Kali, komm bitte! Komm jetzt! Finish! der hat mich auch gefühlt der raketenwerfer glaube ich oder nein okay dann war es nicht da noch da ist noch einer mit einer blauen pack und raketenwerfer ja und wo ist ja wo kann ich ihn finden bei blau haus karl geht's gut wie geht's ihn mit abu abu die ist da aber nicht gesehen aber was das sind der bastard hätte er dir an mitgegeben ich hätte so gelacht der akka junge und der spielt keine akka ist der dumm und er hat sich vielleicht mit der akka gelasert der laser nicht genau der hat mich auch getroffen wenn das ja nervt man nicht nicht gesagt wenn du weiter nervst dann kick ich dich mache ich aber nicht da ein busch aber du hast ja an der akku und dann kommt mit anderen kommen und dann sagt mir quittet nur körper dass der mit raketenwerfer ja ja machen wir haben du bist auch an die blau und die blau pump Ja, ich hab einen Loops. Ich hab einen Loops. Digga, doch ein Bass fahr wohl. Warum bist du eigentlich in Klang? Ich? Du spielst, Digga? Meinst du mich? nur da kann der was das denn der hätte ich so easy holen können alter ich war alles hat so glück dass die nicht treffen wir haben so glück dass ich mich aber die 50 50 50 50 50 50 bei 50 hp die taten nicht richtig gefickt die gleiche schule egal kommen wir sind kräfte komisch und alles macht ihn aber ich glaube ich habe sie noch gemütlich kräfte ja junge einspielung als ich komme ich gehe auch dann ich gehe auch ich will wenn ihr davon spielt ich gehe direkt mit uns gemalt dann könnt ihr sagen sagen ich höre mal ganz ganz manchmal so heftig die hörnen noch aber er wird die nicht aber er wird das macht mir er wird die lande und ich dachte wollten ich schläft ich war jetzt bis hier reinkommt ich ja ich habe mal gemacht kommt ich muss halt nur die kisten verdoppeln ich muss jetzt ich glaube gleich auf 15 oder so immer noch auf zeit was ist dieses feld aus jeder eine kiste nur haben wir auch einen freien platz oder seid ihr alle in der lobby von der lobby aber dann trete ich doch in eure lobby bei und wenn wir dann sagst du es wollte ja natürlich allein sagt euren junger kann ich reinkommen mann muss noch rein nur wie soll ich schon da rein ich will mein maski kommen ich verlasse das war man nicht gemacht mal bitte warte ich muss kurz einstellen ich bin ja und dann müsst ihr runterkommen dann lasst du dann kommt bei mir rein ich kann ich schreibe ich kann schon schreiben nein auf einmal eben da alles kann ich nicht schon die wir verlassen ja normal warum warum maxim ein freund von mir hatte ich einen freund ja wie gefällt ja er hat mir bitte gefallen wo ich zwei api hatte nein warum ich habe gerade alex geläsert ich könnte nichts machen wenn das kein laser ist dann weiß ich nicht weiter nein karl ich würde sagen komm ich hätte die von bohren den mann tust ich kann nicht zu gucken ich kann mitspielen warum sind da selbst zu keine fünf sind wirklich alle drin ich dachte ich dachte ich bin noch nicht drin ich kann fliegen ich kann ich kann ja doch das sind ja jetzt kannst du ich habe mich aber ich mache nicht nur was jetzt sagen nein ich kann du kannst nicht fliegen da steht dann nur nein ich kann wirklich fliegen ich bin hier noch bei den zigspindiger nein nein ich schläft ja dann kommen wir ich bin zusammen es geht um zu tun habe ich so kann auch ein Gründer sie gar nicht wollen da ohne mit oder ohne ohne mit ohne mit ohne mit ja aber da war es gar nicht mehr sein keine akkarte da kommt immer noch das ist was er macht hier die tröne aber warum hat sie geschlagen niemand da wer kann bearbeiten die man darf bearbeiten und ich kann bearbeiten auch durch die frau ist gar ein paar die noch was machst du erst wenn ihr das draußen ist Oh mein Gott, wer hat schon jetzt schon geschossen? Ich will mal auf Augen. Alter, ich sag jetzt Königer. Ist mir schess egal. Der lässt sich ihn losgucken. Ich will mal auf Augen. Du bist echt schlecht bei einem Aufkommen. Du bist bei einem Nomad schlecht. Du Muster. Hör mal, was sagst du da, Junge? Er ist schlecht aus der Grütze. Gut, wenn es gibt. Aber genauso wie du, ne? Ja. Genau. Ich habe gegen dich 1000er gewonnen. Dich und deinen Freunden. Und du bist schlecht, ne? Du hast die Wagen mal eingespielt. Ach, deine Maul. Hörst du dein Maul? Äh. Ich dachte, dieser Freunde, Alter. Junge, wie oft bei... Wie oft ist bei euch bitte streit? Ja, schau doch überhaupt. Juhu. Ja, da ist kein Hacker. Ich lau. Leute. Wie, wer ist das von euch nicht gewonnen? 19 HP. Alle Wachen muss ich nachladen. Nein! Ich hätte noch einen Hedgehock geprüft. Wie? Ja, Karl. Du hast von 20 HP runtergeschossen. Wem wird ich gezogen? Komm, bitte nur noch. Nur noch Alex, dann habe ich alles. Junge Cover, du bist so eklig. Ich schwöre. Du bist so eklig. Du bist so eklig. Ich schwöre. Der erste ekelste Mensch. Junge, er bleibt. Er ist oben. Voll idiot, ich wollte gerade abdrücken. Ich liebe dich. Ich liebe dich. ihr seid beide so eklig die sind beide so eklig die sind beide so eklig ihr seid beide so eklig ich schwöre ich komme raus die knallen mich ab wer jung ihr wollt alles kaputt machen du hast ihn zurückgetroffen was war warst du ja ich hab ihn zurück ich dachte ihr flussiert weiter du hast dich an mann was muss ich machen was wollt ihr machen was wollt ihr machen ihr seid doch so eklig ihr seid doch so eklig die mitten im spawn campen und da wartet bis da jemand rauskommt und direkt abknallen könnt das ist da draußen ja das ist aber eklig das darf man machen aber das ist richtig eklig ich hab dir einen ich hab dir einen Headshot gegeben erstens Headshot zweitens das war ein Quickscop ich hab dir einen ich hab dir auch Headshot gegeben ich hab dir auch Headshot gegeben wer ist eiskönig von euch ich bin blau mütze ja eiskönig ich hab dir auch ein berg der ist der ist der ist der ist der ist jetzt ein bisschen weiter jetzt jetzt ein bisschen hier bis da was daran was dort sein es geht doch was freifeld warum jungen jetzt wo man zu wachsen und was sie bleiben noch einmal ich krieg dich ich habe kein bock jetzt auch diskussion und leidigungen jungen körpern liebsten ich weiß ob er staubt Hör auf zu bleibigen! Hör auf zu bleibigen! Oh, red nicht so laut, ich hab meine Ohren fangen gleich ab. Abo! 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 Ohne, was ist das? Ich muss die Pump ziehen. Junge, Kapp! Du hast getötet! Kali wollte dich killen und dann habe ich dich, oh, ich wollte Kali killen und dann habe ich dich außerdem getroffen. Wahnsinn. Ja. Warte noch nicht. Ich will mich schon nicht um dich schießen. Du weißt schon nur, dass das weg geht. Wieder. Du F***! Der ist los! Nein! Sorry! Ja! Weil ich Kali killen will! Ich will Kali killen! Junge! Ich will nicht. Ich will nicht, du bist ein Satz. Da komm, nimm ich auf! Du, Basta! Ja, komm! Ich geh jetzt, ich geh jetzt auch nur eine Möbel. Junge, was kann ich dafür? Du bist rausgegangen? Du, es hat schon begonnen. Ach, Mann! Warum, du Basta! das 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 du weißt du nur dass das weg geht wieder weiß ich aber nur für jetzt ist das und dann nur wenn man durch den tor geht dann darf man auch nicht mehr wenn man hier raus geht dann aber hier davor davon ordentlich bauen wer ist das es ist ja für mich los es legt es legt ich hab ihn noch weiter gemacht Junge einmal warum geht es auf mich auch wenn soll ich eingehen wenn ich nur dich sehe ja ist halt so hey Junge man darf da niemanden abknallen Cover ja doch nicht das darf man auch nicht ja achso ne achso dann geht doch jeder da rein und schießt nur noch die Leute an die draußen ja ja man darf da niemanden kenne ich von Kaliel ja ich will ich mich halt egal ich geh nur noch ich geh nur noch auf Kaliel sorry aber Kaliel guck mal wie du da sitzt alter guck mal er schiebt mich von er schiebt mich schon da ab ne reicht mir Kaliel ja ich kipp dich noch einmal ich kipp dich ich kipp dich ich kipp dich ich kipp dich nicht schieß denn auf mich warum schieß denn auf mich ich kipp dich Junge ja hier komm ich kipp mich ich kipp mich ich kipp mich Junge ich kipp mich ich kipp mich aber man er mich auch gekillt ey ich kipp jetzt hier drin guck mal alle rauf alle rauf ich kippe ich kippe ey was ich kippe ich kippe ich kippe ich kippe ich kippe Warte mal Mila da wo die sind da wo die sind Metall man muss ausgehen aber auch ich würde jaja was kann ich dafür wenn alex da kämmt ich wollte ja war es ist nur da wo er ist ich weiß gesagt ich leckte Weil alle gingen auf mich. Okay, ich gehe nicht lefter. Ich schwitze jetzt so richtig rein. Ich schwitze jetzt richtig. Ihr dürft nicht teamen. Ich schwöre, wenn ihr teamt, ich schwitze jetzt so richtig rein. Ich schwitze doppelt rein, Alter. Er war hier, der schießt auf mich. Ich schwitze auf mich. Ich schwitze jetzt so richtig rein. Ich schwitze jetzt so richtig rein. Ich schwitze jetzt so richtig rein. Ich will gar nicht, wo Emra ist, ich kenne ihn, ne? Das hier unten. Das bin ich nicht in der Hand. Ich schieß nur ein bisschen kaputt. Ich schieß nur ein bisschen kaputt, Alter, gar nicht. Ah, doch, 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 doch. Und hier, du Wichser, ohne Scham zu kassieren. Ich werd' ja, ich geh' ja, wenn du sterbst, ne? Ich warte auf dich, bist du draußen bist. Und ich also bist du nicht. Nee, danke, ich was, ich geb' dich. Ich war' mein Gott, ich kipp' dich. Kipp' dich doch, krieg' mich doch. Kipp' mich doch. Jö, wie kann er hier beitreten? Guck' mal, guck' mal, guck' mal. Guck' mal, guck' mal, es war da drüben. Umu, guck' mal, aber hier? Ich war draußen, ich bin da rausgegangen und er schiebt mich ab. Ja, weil du mich gekillt hattest, deswegen. Du musst erst mal überlegen, warum. Du musst erst mal überlegen, warum und weshalb. Ich hab Daniel blockiert, sie können da reinkommen. Er kann nicht mehr. Wer ist Vateranführer? Ich. Ich. Nein, nein, nicht mehr, Alex hat doch Gruppe verlassen. Du hast doch Gruppe verlassen. Warum kennt der mich? Dann werden die ganz ein Teil an, der wird jetzt abgestoppt. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Aber ey, man darf aber nicht an den 30er rein. Aber mach mal, warte mal kurz, ey, kurz, bitte, bitte. Ey, guck mal, guck mal, wenn man hier, wenn man abgeschossen wird und man geht hier, man darf nicht, äh, Dings da. Geht das da auch so auf? Nein, guck, man geht hier hin und dann ab hier kann man so bauen und so. Ja, okay. Aber vorher, wenn man hier, da wo ich bin ist, dann darf man nicht. Nein, guck hier nicht, weil da wo du grad bist darf man nicht. Ja, ich weiß. Nur hier, guck, Umut. Ja. Welch, 31 hat mich runtergeschossen? Echt? Warum schießt du nicht, aber? Ich will keine AK mehr, gleich wenn ich die Spanne nach AK weg. Obwohl nicht heftig ist. Aber ich so unfundlich ist auch weiterkommen. Ja, alle gehen noch nicht. Ich, ich schieß' kann ihn auch nicht, aber alle gehen noch nicht. Ja, aber so wohnst du kann niemand sein, ne? Ich kann nicht, ich hör' dich, ich hör´ dich, ich hör' dich nicht. Kommt ab ich. Ich schwör' beide gehen auch nicht, ich kipp' euch, wenn ihr tief, ne? Ohne dich auch auf die Speed nicht. Hey! Du darfst da nicht schießen. Du darfst auch nicht außerhalb raus, wie bist du außerhalb rausgegangen? jungen die kümmern sind und ich führe ich krieg deine nase du darfst niemanden abschießen warum schießt mich ab hier wo ich gerade steht nein keine körper nicht von mir schießen nicht von je klar hat mich auch da abgeschossen ja weil du mich abgeschossen hast bist du uns bei dem älteren ich höre durch so welchen ich schwöre so eben wenn ihr wenn ihr beide ich war mein gott ich kipp euch beide nein ich meine alles ich meine cover und dinge hier ja können wir klicken ich doch guck mich doch noch nicht also wenn ich will bis der alex mit kardin rauskommt ja wie die rauskommt ja wenn ihr wenn ihr teamt und du kommst nicht rein du bist ja auch nicht ich schaue ich bin in der geringzone du kannst mich nicht kennen du darfst nicht kennen ja was warum willst du mich dann können ich bin keine wuche ich bin übrigens auch kein mädchen ich bin übrigens auch kein mädchen darf ich darf ich die kicken bitte die geht die gehen die gehen die gehen auf mich bitte darf ich die kicken beide nur wenn das noch einmal machen ich krieg die ich schwöre alter es macht doch kein bock ich schieße ich schieße das unter warum unterschießen wir erwartet das darf man nicht wer karlis wartet hier noch nicht ich habe ich werde ich werde warte 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 eigentlich geht umher umher junger kamer schießt mich an ich war mein gott ich gehe sagen zu cover nur nicht zu dings ich ein ich ein stumm ich ein stumm nur cover cover korrekt korrekt kommt mit der umhut kommen her bitte umhut kommen wo sie sind wo seid ihr brütt guck mal guck mal guck mal guck mal umhut umhut guck mal wir sind alle zusammen diga Junge ihr Mist geworden ihr seid ja alle da komm doch her komm her komm her ey sorry das warst du sie denn hui umhut hier du musst korrekt cover jetzt hey wer war das Alexander ey der war das ist wieder Freude seit ja das ist noch gut das war noch gut sagt doch mit der welcher waffe spielen scheiß drauf nein mal gegeben da braucht nicht mal ich darf dann nicht feiten los gut ding star und hier nicht mehr ich dachte wir machen ich war ihr mp spieler ihr seid alle scheiße ihr alle mp spieler seid scheiße ich schicke nur runter ganz leide und ist meinung das auch hätte ich auch ich muss nicht nix fressen wie er da kämpft sogar ich gehe nur noch auf kardin ich habe ihn und ich war das sohn erklärt mich immer noch ich muss ihn einmal kühlen hier jungen aufzubauen ich habe auch ich werde schon ist noch mit wo das macht was auch gesagt ich habe mich angeht von euch fuhren sehen ich war das auch hier zu breit und rei gesponnt wirklich Wie hört auch zuhören? Ok, ich spiel mit Siegel? Nein, ich hab's online! Ok, ich mach die Gültigkeit, ich spiel mit Siegel, wenn du sagst, wie ich dich ja gradieren würde. Hallo, hier nicht! Ich Junge! Warte, guck mal, was ich hab, Junge, für dich extra vorbereitet. Bleib doch stehen, Mann! Pass auf, wir machen Auge! Hallo, Autos! Lass uns Sex haben, wo, Junge? Lass mal, lass mal, lass mal! Ach, ist egal, Digga! Aber ich lebe dir die Musik dazu, damit du schüssen kannst. Uh, Wollier! Abo, sorry! Er rennt hier hin, will alles drin und sagst, eigentlich so kleinen Abschluss. Nein, warte, warte, nicht gehen, warte! Nicht gehen! Mann, ich hätte warte Leben machen! Komm, bitte, bitte, bitte! Bitte, wir sind eine Freude, wir sind eine Freude! Ok, komm rein! Du auch, du gehst dazu! Ich will was machen! Warte, ich geh auch dann wieder raus! Wie viel erfährst du? Warte, hier! Ey! Junge, ruft mich nicht auf! Kau war hier, eh! Umut! 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 Warte, umut! Umut! Obut! Umut! ich will ich nicht ich will ich kann sich jetzt ganz wichtig wir haben genug freunde ich und der freunde wir machen wir jetzt außerdem ich scheiße alle gegen mich und um uns ja doch alle gegen mich und dass das ja was für fährung ich habe gerade gesagt wirst du nicht leser und auch woanders abhandeln aber auch die dritten an die dritte akkurat ist ein Arschloch ergeben in einem 60er oder so ich bin auch bei mir und seid ihr ja passt auf Was ist hinter euch, Ohmut? Was? Junge, du Bastard, ey. Du bist gar nicht bei uns drin. Ey, das ist unfair. Ihr drei gegen uns. Nein, was für ihr drei. Entweder kommt der Kultus oder Alex. Entweder Alex oder Ohmut. Oh, alle gegen einen wollte ich machen, oder was? Ne, jemand muss rauskommen. Ist dir ein bisschen unfair. Was für unfair? Ey, Junge, ich bin auch im Clan, Junge. Ich muss gegen... Ich fühle, als ob ich gegen Umut und allerdings alleine zocke. Manchmal. Wo ist er? Er ist irgendwo, nirgendwo. Sind unten, glaube ich. Und ich habe mich selber eingebaut. Oh, Junge, weite nicht. Ich hoffe, ich spiele mit dem Team. Ich hoffe, ich spiele mit dem Team. Nur außer Kawa, glaube ich. Wie macht ihr das eigentlich aktiv? Junge, wer ist das? Komm auf, Kalil. Junge, Kalil, schieß mich ab. Kawa, sag ihm was, der Behner hatte. Ah, Junge, du Behnerter. Du sollst ihn nicht abgeschickt. Hier bin ich. 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 Peach. final. Hier bin ich. Ein Team-Sieger. Nein, ihr alle ging nicht um ihn. Schön gesaved. Na, wie schnell wechselt ihr bitte. Ich weiß jetzt auch, warum die Diegel so lange dauert. nein ja ich vergiss das mal bei mir jetzt außerdem nur leck das wäre ich auch 200 das ist ja das hat das problem wie die tiere passt auf nun was du hier bist du hier wirst du den faden warte ich muss mal kurz spielstopp für mich kann hier das hat ja das das hat ja aber nichts damit zu tun ich komme auch unter habe ich bin ich nicht machen ja bestimmt also das und wir dürfen aus dem teil wollen oder das doch regel nein dann wollen wir mit ja und ich finde ich finde ich nicht schießen ich bin mit eisen sport die mit eisen wer ist das junge kann das will ich nicht ja was Ehre genommen was für Ehre genommen wenn ich bin warum Ehre zu nehmen braucht man erstmal Ehre genau die hab ich ja auch ich habe ein großes gefallen getan an euch alter was ein großes gefallen getan ja ich weiß was der größten von den beiden so klug passiert ich schwöre ich mache nie wieder für euch ein gefallen alter was hast du denn gemacht nur alle dachte komm mal rein für den staniel und bin ich reingekommen und er haben wir lieben so sei es die jahre immer passiert worden immer das cover wenn man es macht guck mal es gibt kann ich hier nicht habe ich ich habe auch noch nicht gehen ich schicke ich schreibe hier kommen jetzt noch aus schreibt man muss 8 ich raste jetzt komplett aus älter was ich mir nicht um ich habe immer noch nicht ich habe immer noch nicht ich habe die ganze zeit 95 api wien alex und ja und kommt lang im mut lang ich bin ich verstecke aber ich kann ja ich habe 60 ja wir müssen kann die leute wo ist der kalle ich treffe schluss wo seid ihr egal auch obwohl er nicht so kriegst du auch noch mal kann er nicht verhältlich kann ich sage ich um den Weg zu fressen danke und ich habe auch gesagt Junge ich mache ernst ich schwöre Was machst du, Junge? Junge, natürlich geht der auf mich mal! Wenn ich später eine Tochter habe, ich fing sie! Ja, er kassiert 50! Nein, nicht mehr One-Shot! Guck mal, du fütterst den Kuchen, du Scheiße! Ihr seid ein Junge! Junge, bin ich der Einzige, der überlebt? Ja, er hat immer noch einen Camp irgendwo, er ist One-Shot. Ein Wiener Camp! Junge, ich hab 3 HP! Ja, wegen Will-Wohl! Ding, Alex! Junge, das bin ich! Ey, irgendjemand von euch ist in meinem Team! Ich geh jetzt auf Cover! Ich mach' gegen euch an! Was? Was? Gegen euch allen, Alter! Lass sie! Ich will Emelon! Warum ich? Soll ich die Idee! Wurde ich wissen, dass du es warst! Riech doch, du könntest ja auch! Das ist Cover! Der wird schon gelasert! Mein Vater ist doch vielleicht! Wer ist wohl in diesem Pferd rübergefallen? He 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 he! Nein, ich mach' nicht du! Ja, ich mach' nicht du! 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 Die Junge werden spielst für die Stauber! Nein, oder was? Ja, das ist nicht Cover! Ich glaub' ich auch an der! Ja, warum ist das nicht Cover? Ja, warum ist das nicht Cover? Ich mach' nicht! Ich hab' nicht! Ich hab' nur das auch vorher je gesehen! Doch, das ist Headset! Ich hab' nur das auch vorher je gesehen! Ja, ich schwor' mein Gott, er kann' gut hören durch Headset! Oh, ich hab' auch vorher je gesehen! Oh, woher je geht's? Oh, ich hab' auch vorher je gesehen! Ich hab' auch vorher je gesehen! Ich ging' nicht, Alter! Ich hab' da echt leger an! Der wenn du eine große kille Hitbox hat, hab' ich seinen Kopf getroffen! Warte, oh, warum? Nein, er hat keine große Hitbox! Ich schick' deine Tochter! Ich hab' den Kopf getroffen! jünger pass auf bevor du wieder einen quickscope kassiert ja kaleb direkt neben dir pass auf sorry ich hab ihn jetzt schon zu gehen ist er tot nein Nein. Wo ist der? Du bist unten! Du bist unten! Du bist unten! Alex habe ich einen One-Shot gemacht, ich will den Pickaxe nur. Warte mal, ich will einen One-Shot. 2 HP fertig. 2 HP. Ey, bitte warte auf mich. Ich will wieder kämpfen. Nein, ich habe Angst vor dir. Du lässt jetzt mich schon abhören. Oh! Oh! Ich habe gesagt, ich schwitze jetzt richtig rein. Ich habe gesagt, ich mache gegen euch. Junge, Cover ist die Fresse, ich gebe dir gleich. Aber komm, mach mit dir, mach mit dir. Der Echte! Der Echte! Der Echte! Der Echte! Der Echte! Und schläft. Ey, mach doch nicht! Mir ist doch so. Nur du in solche Cover. Cover, wenn du verkackst, bist du dein schlechtes Spiel. J-R-West! Nein, ich muss nachladen! Ich muss nachladen, ne? also sonst hätte ich dir gegeben ich schwöre frau cover man denkt sein zwei tage alter rund spielt und spiele ich gehe nach außen ich gebe erst um und eine hunderte und wenn ich hier und ich will hier und 50er dann hol ich den mit A oh, ich hätt' ja nicht so oh, ich geh mal weg Jungs, er hat Sponsche was auch? die haben immer alle 10 Jahre Sponsche, ich hör's nur du mal! Alter, ne? ich wusste gar nicht mal wer wer oh, 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 oh my god ey, wieviel Künst hast du? wieviel Künst hast du? äh, Carly, wieviel Künst hast du? ich habe dann reicht es immer noch so viel lag haben müsst ihr auch nicht ich schwöre du bei mir lächst es alter na klar ich war neben dir auf einmal ich bin hinter dir ich bin hinter dir ich bin hinter dir zwei händler zu liegen und auch und auch ich schicke ja warum wohl überlegt mal doch wie lange hast du schon warum du wohnst du wohnst ich bin du wohnst ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin hinter die immer mehr alles kommt ich hoffe nicht an die Hütte gehen Junge halt die Fremde da und du bist One-Shot 33 HP genau er hat One-Shot genau Cover Carliel er hat One-Shot er hat 3 er hat 3 er hat 3 er hat 3 Hütte Stuch Cover Carmel ich hab' die Hütte gehen ach so ich hab' die Hütte gegeben ich hab' die Hütte gegeben ich hab' die Hütte gegeben 440 auf Kopf Uhhhhhhhhh Carmel holt den Ding da mit Spiekakke ja ich hatte 1 AP oder so heul mal nicht er hat mir erstmal ja keine Ahnung ist Ehre genug er hat Ehre entwendet mit DHL die läser показ was ist irgendwie je war die eine kosten und das wer ist dabei und sei dass sie mich auf ich bin oder stimmig aber es ist nur ein bisschen weil du bist du los ich hatte ich hab mich noch geschafft aber es los gut zu wissen wer hat dann abwärts ist das auch ja 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 ich ich schwitze ja 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 er lasert 100 seiten einer von oben war doch Carly hinter mir und dann ist von mir du bist so low Carly Carly hinter dir was macht kaputt bleibt runter 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 ich hab gemacht ich hab ich hab noch 1200 aber geht nicht schädig schädig nein ich hab gleich noch mal warte nein warte gau hat 57 schade warte wo waren sie schade schade wo waren sie denn wo waren sie denn die dummen wala 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 warte 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 ich hab und warte warum das ist spiel ja nur weil ich nur weil ich mit cover äh k naja ich bin 100 jünger warum bin ich jetzt raus alex gleich was habe ich denn gemacht dass ich nein kkk ich hab ja gar nicht ja weil du so weiterredest wirst du wirklich was so doch der ja sind die beiden die 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 und dann wird auch aber ein ich glaube 3 3 gefangen du zeigst du das vor und jetzt schick' denn ich junger wollte mich fasen ach ich ah ich Angst du hallo wuf nein ich hab 40 ich hab 343 aber vergangs dann, ey Kamer hör auf, der heißt es ist nicht so oft kaputt, nein Abo, 198 gehälte ich die Kameruner das war ein klarer headshot ich habe keinen bock mehr auf die ist um 12 muss ich auf wo ist mein Lack, Digga, ich habe 121 Wettkirchen und 77 Wettkirchen aber das ist doch Junge, wir haben das Wettkirchen 161 Wettkirchen 161 Wettkirchen Komm an, so viel ich Wettkirchen Ich habe 2 Wettkirchen, ich habe 200 Wettkirchen, hast du das Wettkirchen? Ja, du hast so viel ich Wettkirchen Wir haben alles so viel Lack, schwöre Was für Lack, wo hast du? Wir gehen jeden Tag ein, der Team Oder ist das Kale, oder ist das Skill? Entscheid dich! Ich glaube, das ist Skill Bei dir ist das ein Lack Ich schwöre bei dir ist das 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 Lack In die Leute stehen, Alter Junge Guck mal, Digga, ich geh in meinen Besicht Ich geh in seinen Besicht Gib ihm nur 121 Geld auf Du bist doch ein Mist, Gadi Ich schwöre bei dir ist das Lack Schreck deine Mutter jetzt, Papa Junge Das ist die Lack Junker Es ist die Lack Das ist die Lack Oh, oh, oh Wettkirchen Wie viele Leute sind hier drinnen, Mann? Hä? Ich hab meinen Spawnschutz nicht bekommen! Kava, ich schwor auf Gott, ey, ähm, um, ich schwor auf Gott, ich hab die 5, äh, 3 oder... 4, so... Jungen, ey, Jungen, ey, Jungen, er geht mir den ganzen Tag her! Das wird noch boxt, Kava! Jungen, wir haben einen Spawnschutz! Ein guter Mann! Wer soll, du bist, äh, da bist du! Hä, wo bist du? Ich bin ohne laut! Dein Kanzel, von deinem Tochter, die Tochter ficken, Alter! So, ich hab meine Nummer! Nein! Die alte Nummer! Ich hab deine Mutter! Es gibt die! Es gibt die, Kau, ha? Hey, ich will, wenn du's gibst, ne? Ich will, ich blockier dich! the mistake! Ey, 0178, 729, 7513! Okay, sag, das war nicht mehr deine Nummer. Ich schwör auf meine Mutter, das hab ich ausgedacht! das sind die beine und egal ich höre auf meine mutter dass ich dann noch mal auf irgendein nummer sich aus ja ja er überlebt den schuss junge kam ein bisschen rüber ich bin nicht mehr mit karl im team alter er gibt gar keinen hitz auf nachdem was redest du da ich hab dir gar nicht 200 aber er ist gut du bist schlecht aber es lag ich schwöre oh abgava und der andere hund nicht wer ist der andere? das ist schon so halbimi das musst du seid ihr draußen oder seid ihr? wie lange hast du uns? wie ich weil wir gelaggt haben oder ich schieße mich an überall zu sehen ich werde gelasert ich werde gelasert guck mal in die pferde sammeln und dann wieder aufgeben das ist schon so ahja jetzt, 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 jetzt oh, oh, oh oh, die bezahlen ist aber immer da bezahlen Ich hab noch keine Daten! Bring doch doch auf mit Boris! Jungen, da bin ich! Da! Headshot? Alles, erst du los. Er ist los. Ist sie? Jo. Junge, ich habe 43 HP, Alter. Aber jetzt wieder alle gegen alle, ne? Er umutwiebelkültig. Ja, ich und Kaurau habe gemeint. Nein! Ich habe 46. Ja, zwei gegen zwei oder alle gegen alle? Alle gegen alle. Ich habe Kallis Ehre genommen. Junge, halt ihn fest. Ich habe dir einen Hedgeup gegeben. Wow, wow, Kamerat, du hast erst mal geschreit, warum du einen Hedgeup gemacht hast. Junge, halt ihn fest. Ich habe mir einen Hedgeup gegeben, der ist der beste Spieler der Welt geworden. Ey, ich habe uns drei kills oder ein Schaden? Du kannst hier. Was für drei, Junge? Ich habe Karl Eliel gekillt, du opferkind. Ich habe so einen Hedgeup gegeben. Hör doch auf alle. Ja, schön! Hör doch auf alle. Junge! Junge! Ich wäre um und kämpft da. Kalli trifft keinen Schuss. Und dann kommt's. 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 Ey, aber ganz ehrlich, Cover ist. Ich schwitze richtig rein, um euch was zu beweisen. Aber im Game, keine Ahnung, spielt ihr irgendwie so richtig komisch. Ich hab's. Ja, er soll komm eins gegen eins machen. Er soll eins gegen eins gegen mich machen. Er soll eins gegen eins gegen mich machen. Komm. Ich starte neu. Und dann machen wir eins gegen eins. Auf alle. Auf alle. Auf alle. Ich starte neu. Starte neu. Starte neu. Starte neu. Und ähm. Ich und Dix machen eins gegen eins. Junge Mann, du fischst, Auge. Junge Mann, du fischst Auge. Junge Mann, du fischst Auge. Oh, witz, Auge. Sinkst du nicht, du ganz ruhig. Ey, ich werde nicht drauf. Noch, was wird nicht rum. Mit deinem Zimmer rum. Ja, komm. Puszt. Was soll denn denn, mach mal. Egal, Cover kipp mich, nur den Ruhigern jährigen. Egal. Was ist? Er bricht ab. wir beide machen 1 gegen 1 1 gegen 1 ich habe nichts dagegen ja ich rassier dich eh aber egal ok dann lass mal ich dann sind anders ich ging ja kurz erst mal ich ginge mit wien gestern gespielt haben und denke ich kann die ganze zeit ganze zeit ich habe mich einmal im mittelgebüsch wird ihn angeschlossen von euch nicht nein doch juli mit ihm oder ohne die Jungen ich hab ihn aber nicht gekickt damit du voll HP hast nicht aber ich ich hatte ich hatte ihr schlöpfen mit ihm oder ohne hier mit ihm oder ohne hier um mich anzuschießen ich mach kurz vorhanden ohne oder mit ohne ich mache so einfach die witte machen macht so wie er sagt jetzt geht jeder auf seine seite und wenn ich in die Luft schieße ok lebt beide eure Schlüsse weg und ohne Sniper ohne Sniper gilt nicht ich will Baka echt ja da sagt ohne Sniper geht nicht ok sagt ich sag Script , mit Sniper nein mit Sniper ohne ohne ihr könnt ihr selbst entscheiden einmal mit ohne ok ok mach jetzt Betrag 18 Jungs und la meine James ja anstand im klaren wenn ich gewinne ja morgen der bau nicht warum haben wir dann dass wir auch so eine große Fresse einhalten kannst das meint ich glaube ich bin ganz sicher sie ist richtig runter oder schießt mich ich konnte du kannst du musst selber ich habe immer so abgebogen ich mache genau das gleiche und alles von unten runter schießen ist egal hast du du bist im halbort ich habe gerne gegeben was machst du hier lang kommen wir runter ich bin ganz unten ich brauche mich nicht so gut so kann ich runter bauen ja ich war alter er gibt mir selbst dieser fc bayern ja was er soll nur leid aber ich habe richtig krass erstmal high ground alter ich hatte kann doch ich hab dann die geld gehen und ich bin runtergefallen und hier ich dachte es gibt ja was ich ging ja ich bin ja ich bin ja ich bin nicht gegen ich ging und ich ging und machte allerdings hat so eine große fresse komm her komm her kann ohne hier ohne hier ich habe mich getroffen ja und das ist so ein schwer alter durch du hast in mir gestanden ich bin das für fette hoch cover ist dann warum hast du dich nicht gehittet alter ich muss ich bohren jetzt hört auf wer ist an einem alter so rediger bitte nicht anschließend ich muss das wird gegen paniel er hat so eine große fresse dass er sagt ich mach dich fertig ich will ich nicht kenne um links haben er sich nur mit einer ich hab das ja immer noch was macht das weg ich muss wenn du mich jetzt was muss ich nur nichts ist uns da nur durch als ein oder so aber das nächste maus holz von dann kann sie jetzt bitte mit tollen ich habe ich werde ich so runter ich gehe jetzt ein bisschen noch um aber kann ich so weit kommen nicht so weit aber du wirst schon weiter Bitte, bitte. Komm rüber. Was? Kau war dann jetzt? Wie lange brauchst du bitte zu bearbeiten? Ich arbeite nicht. Ich warte auf dich. Dann schießt du was? Oh, Juman, warte mal gut, wir treffen. Ja, Digga, runterschießen. Ja, normal. Ich hab alles kill. Ey, wir dürfen jetzt ein bisschen runterschießen. Nein. Er ist schon tot. Ja, nein. Aber gut geworden, Kali. Ich will gegen Kali. Ich will nicht gegen die, ich bin gegen die. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht, genau. Ich hab's nicht, genau. Ich hab's nicht. Aber schießt die beiden, wenn ihr eins gegangen ist, mach ich gegessen. ich will gegen gegen die karte ja das ist die sind deine dinger da deine eltern spiel mir noch fertig nein weißt du doch eins gegen 1 k ich hab schon ein paar Worte gefickt ja auch schön das war so knapp er hat mir Herzschutz gegeben Bruder Karsiel was war das denn für ein Baubettleiter du warst mehr rein ich hab ihn 100 ich hab ihn 100 94 Herzschutz geben komm wie beide Cover du Bastard Cover wie beide nur was ich muss nicht gut gehen Kali Kali du musst schießen ich brauche mich kurz zu lassen oder alles ich schieße Alexi wo du ich habe doch einmal nicht an die geschlosser auch meine mutter ich werde jetzt blockieren ich habe nicht gehört ich war bei gott ich habe nicht gehört egal wo man sich steigern kämpfen an der werden schaffen der monge bohrt nicht jungen als ob ich hab dir so ein hit gegeben wo bist du wenn ich die zeit habe ich musste ich mal bauen für dich also ich läser dich jetzt habe ich dir jetzt habe ich deine ehre genommen cover ich muss nicht ich möchte blockieren ich kann war immerhin habt ihr auch nur noch schnell gegeben außer dem ja bitte was knatter sagt ich bin jetzt nicht gelten ja okay Alex wollen wir? was machen wir mit dir? ach hast du noch Ari? ich hab' den Hachinio ich hab einfach mein sex so hochgezogen und geschossen hat automatisch laufen du spaß du denkst du kriegst mich deine ehre komplett verwendet nach afrika gespendet nicht nach afghanistan nein nach afghanistan machen und nicht alle gegen alle die jungen der spielt doch gar nicht mal nein ich habe auseinander genommen das war der bruder kann er doch gemacht er hat gesagt er hat gespielt ich habe ihn ehre genommen wie kannst du noch so ein spiel noch zu geben 86 31 ohne hier ach so ach so dunkel ich gibt den einen netzten job er sagt ach so ach so ich schwöre warum jetzt du dich ich mich auch na klar ich habe doch gar nichts gesehen gerade ich habe doch gerade gesehen wie du dich gehielt hast wieder so viel lag du hast mehr lag als bauch oder es hat mich mal nicht auf alter sonst mache ich richtig ernst alter und dann ist das kein sagt mehr dann komme ich mache jetzt richtig ernst alter eigentlich da drin feiern hast du gewartet bis ich rauskomme Leute dann wäre man arfs alex komme er ja ich will dass du mein golo plex na klar größer leitzten wo seid ihr ich nehme doch mal wieder mit ja ich wusste nicht von wo du bist alter du hast locker gehabt alter ja mal sagt sogar ja habe ich ich schwöre ja ich kann auch als gruppen wenn er hat gott hat gott ich denn er hat gott hat gott den markten marschmöle kopf die war die ganze zeit die sind hätten marschmöle kopf bei mir hat er nicht gezielt er ab so bei mir hat er nicht gezielt karl stört auf ehrenbasis karl stört auf ehrenbasis karl stört auf ehrenbasis karl stört ich wer geht um uns und habe die ganze zeit die hat doch kein absturm sie haben voll schön du ja darf ich nicht ja das ist ja nicht nein gehen wir mal holen und auch denke die ganze zeit auf karte junge direkten auch mit von bürgern und abschießen jetzt immer komm raus wollen wir wollen natürlich das ist eben natürlich junge ja kommen wollen wenn ich dich dreimal besiege damit nicht wirklich safe drinnen nicht wegen dings dann okay weil ich aktiv bin okay alex hast du gehören kreativ bist du ein körper richtig also nicht richtig gut aber gut normal sind nein normal bin ich auch wieder ein bisschen besser ich bin auch ein bisschen besser aber nicht so richtig okay kann ich schießt du mal komm raus und schießt bei 0 nein ich schieße wo er wird selbst sein aber wie ich warst du was ist das gewesen aber ohne hierhin oder weil ich habe auslöser weggelegt ich habe auch bist du eigentlich wo bist du alex wer denkt ich bin der fette immer warm halte ich fresse ich gibt die gleiche im box hier kann ich habe ich habe sie tut ich hatte in sich 116 16 ap kommen jetzt ernsthaft ich habe auch mal schluss auf weggelegt nein jetzt verkauft jetzt verkauft ich bin auch gut nein ich bin geläftet schon und ich muss auf 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 ich muss auf